Herr Czaka Löhling, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz, also deutsche Vizemeisterin. Wie wertest du diese Leistung heute in der Felddienseis-Arena in Winterberg? Erstmal vielen Dank. Ich wäre gerne deutsche Meisterin hier in Winterberg geworden, aber so nach den letzten drei Wochen bin ich doch zufrieden. Es war wichtig, heute aufs Podest zu fahren und es war vielleicht auch wichtig, vor Hanna zu fahren. Und vor Sophia. Und ja, deswegen bin ich alles in allem zufrieden. Der erste Lauf war nicht ganz so, da war die Anspannung dann doch sehr groß. War jetzt doch ein bisschen Druck dahinter, aber der zweite Lauf war nochmal ein bisschen besser. Und alles in allem war es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Was war denn eigentlich, du hast das ja gerade angesprochen, in den letzten Wochen eigentlich mit hier los? Der Bundestrainer Christian Bau, der hatte ja gesagt, ich mache mir so ein wenig Sorgen um Czaka Löhling. Was war da los? Ja, das hatte verschiedene Gründe. Ich habe auf jeden Fall in den ersten Wochen nicht ganz so in meine Form gefunden wie zuvor. Ich habe mich dann selber ein bisschen unter Druck gesetzt oder war nicht mehr so locker wie sonst und habe ziemlich viel über verschiedene Sachen nachgedacht, die sich verändert haben. Wir haben dieses Jahr nochmal ein paar Sachen umgestellt, wo vielleicht noch nicht alles, ja, jedes Rad ineinander greift. Und ja, ich glaube, das sind Prozesse, die gehören dazu. Daraus muss man lernen. Und ja, ich habe die letzten Wochen schon viel gelernt, bin aber glaube ich noch nicht fertig damit. Und ja, hoffe, dass es aber jetzt bergauf geht und ich Schritt für Schritt wieder in meine alte Form komme. Trainer Heiner Preute hatte gesagt, die Czaka ist körperlich topfit, also ausgesprochen topfit. War das vielleicht so ein bisschen auch eine Kopfsache in den letzten Wochen? Ja, ich glaube, wahrscheinlich zu 90 Prozent eine Kopfsache. Also an meiner, ja, Form, so körperlich und sportlich hat es nicht gelegen. Es war eher mein Kopf, der mir da ein paar Streiche gespielt hat, ja, aufgrund von verschiedenen Dingen. Und ja, der Kopf spielt eine große Rolle. Man kann noch so fit sein, wenn man sich selber vielleicht unter Druck setzt oder so ein paar Dinge nicht so laufen, wie sie sollen. Dann, ja, wirft einen das ganz schön zurück und wenn man dann auf dem Schlitten vielleicht ein bisschen zu verkrampft ist, dann ist das das, was mir verloren gegangen ist, was ich eigentlich, wovon ich eigentlich immer profitiere. Und ja, heute bin ich schon mal wieder ein kleines Stück lockerer geworden. Also ein Schritt in die richtige Richtung und wir hoffen, dass der Knoten bei Czaka Lörling geplatzt ist. Herzlichen Dank und dann alles Gute für die Saison. Vielen Dank. Vielen Dank.